Hallo liebe Leute, ich wollte vorhin Livestream machen, indem ich Geld verschenke und das hat nur ansatzweise geklappt, weil das Streamen hier wieder so scheiße ist. Das liegt ein bisschen daran, dass hier so viele Leute sind. Es ist total vollgepackt, dieser Campingplatz und wahrscheinlich jeder im Internet hängt und dadurch ein Stream einfach gar nicht möglich ist. Das war im Anfang Juni war das noch ein bisschen anders. So und was wir aber jetzt machen ist, dass ich dieses Video als Premiere poste, weil dann kann ich mit chatten und in diesem Chat werde ich dann einfach jetzt Links rein posten, wo man sich quasi dieses Geld abholen kann und wir testen das einfach mal so. Ich will es einfach mal testen. Also am liebsten wäre mir das Format, dass man es im Stream macht, das ist dann lustig und so. Aber jetzt mache ich es mal so. Das heißt, bleibt im Stream drin auch, äh, bleibt in diesem... Scheiße, mir fällt das wohl nicht an. Ich rede kaum noch Deutsch hier, also das ist ein bisschen schwierig. Ich habe nur Englisch und Französisch geredet die ganze Zeit. Ähm, die Premiere, genau. Also bleibt in dieser Premiere drin im Chat, auch wenn das Video zu Ende ist, weil ich werde ein paar Links rein posten. Wir testen das einfach mal. Und, ähm, und dann werde ich was essen, weil ich glaube, ich habe echt heute zu wenig gegessen. Okay, äh, ich lade es jetzt hoch. Bleibt im Chat drin. Ich werde mit euch chatten, auch wenn das Video zu Ende ist. Und, ähm, wenn ich nicht mehr antworte, wenn ich gar nicht mehr antworte, bin ich dann schon weg. Aber wir bleiben mal ein paar Minuten. Und ich schicke euch einfach ein paar von diesen Links durch. Okay? Dann bis gleich.